So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Im letzten Part eine riesige Cave gefunden. Und so. Ich glaube, jetzt ist Part 7, ne? Naja, werde ich ja dann sehen. Oh, da liegt... Da liegen Pfeile und... Knochen und... Da kommt ein Creeper raus! What the fuck? Ach ja, ich bin immer noch da. Super awesome, man. Aka, Freddy, Aka, Fredri... Aka, Aking, Freddy, 811. Aka, ich hab Angst. Aka, töten. Pff! Er wird gleich explodieren. Ha, wird er nicht, ich bin gut. Das noch ne Cave, ich hab Angst. Ich hab Angst, weil es mir so gut geht aktuell, weil ich so viele... Ja, war Kohle. Ich weiß. Aber ich werde jetzt erst nach Hause gehen und meine verfickten Leben heilen. Und dann die Caves weiter anschauen. Und inzwischen in Wasser fallen. So. Jetzt kommt gleich ein Creeper, die... Da, die... Die Leitern hoch und sprengt mich in die Luft. Ja. In der Tat. Hoffe ich doch. Das war mir klar, dass du das hoffst. Es gibt auch Mod, dass man Fleisch stacken kann. Cool. Aber ich mach keine Mods. Kühlen und so. Keep it real, bitch. Der jetzt Mods der Abels. Nice. Ich hab mal geht, der ist so gemoldet, dass es nicht mehr ging. Schaffst auch nur du. Ich hatte 40 Automats oder so drin, glaube ich. Alle Waffen hatte ich, glaube ich, gemoldet, bis auf ein paar. Nein, du übertreibst nicht. Christian ist dick. Ja, das ist er. Und das ist noch untertrieben. Stimmt, ist dick. Geh ja, wenn du dieses Video siehst. Fühl dich angesprochen. Dickes, fettes Ding. Tut mir leid. Ja, das ist nichts gegen ihn. Nein, der ist nur dick. Ja. Irgendwas wollte ich gerade noch machen. Moins runterladen? Nein, das hier. Das ist Leder. Mach dir auch aus Leder Schuhe. Oder Lederhelm. Lederhelm geht noch nicht, aber Leder Schuhe werde ich mir draus machen. Bah. Und so, du hast so Leder Schuhe an, wo noch ein bisschen Fleisch dran ist und dann bah. Bah. Ich habe eigentlich eher gedacht, ich stehe auf Lacken und Leder und so. Bah, das ist ja noch ekelhafter. So, volles Leben und ein bisschen Rüstung. Eine halbe Rüstung. Mach dir eine Eisenrüstung, die ist viel cooler. Ja, die mache ich mir auch demnächst. Was wollte ich genau? Ich wollte die zur Cave hinter. Die war, glaube ich, da, oder? Ja, war sie. Ist da noch eine Cave? Kann sein. Nein, das ist mein Zugang. Ich habe gerade Standbild. Meine, ich fand eine Bart juckt gerade. Hat gejuckt. Meiner nicht. Ja, bei dir ist auch klar. Da war eine Cave, genau, da ist der Creeper rausgekommen. Ich werde erst die andere Cave hier komplett erkunden. Die ich hier... Und dann werde ich in die andere gehen, wo der Creeper rausgekommen ist und mich fast getötet hätte. Obwohl ich ihn... Er hat ja nicht mal Leben abgezogen. Ich weiß, aber er hätte mich trotzdem fast getötet, weil er mir immer zweimal so nahe gekommen ist und gezischt hat. Ganz böse und bedrohlich. Da ist Wasser. Da warst du schon. Nein, da war ich noch nicht, da hinten. Und das ist cool. Ja, aber hier. Da ist Diamant. Nein, ist das nicht. Das ist Eisen. Diamant. Eisen. Noch mehr Eisen. Ja, genau. Eisen ist wie Sex. Ach ja, ich habe jetzt zum Glück noch eine Eisenspitzhacke dabei. Okay, die Cave geht hier hinten nicht mehr weiter. Betonung bleibt auch hier hinten. Ui, das... Haha, geil. Entschuldige, das Wasser an. Ein Wasserblock. Sex. Oh, jetzt habe ich das dahinter abgebaut. Ups. Farming ihn. Man kann kein Wasserblock farmen. Doch, meine... Nein, da kann ich schon farmen. Ich habe auch sogar einmal... Ich könnte ihn theoretisch farmen, aber ich bin jetzt gerade nicht so drauf. Ich werde trinken. Nein, werde ich nicht, weil das, was da verpackt ist. Ja, was ist das? Mit wem? Den Titten von Christian. Bah! Bah! Das ist ja ekelhaft. Bah! Bah! Das ist ja ekelhaft. Und die Titten von den beiden geben Milch. Okay, ich kotze gleich. Wer will Kirschi live kotzen hören? Im Livestream? Er hat sogar einen Livestream-Channel... Und der hat ja sogar schon mal Livestream gemacht, aber schon sehr lange her. Schon fast ein Jahr. Könnte sogar schon ein Jahr her sein. Nein, noch nicht ganz. Wir kennen uns erst seit den Osterferien, glaube ich. Ach ja, ich nehme die Dinge jetzt mit. Und... Und... Da... Nach hast du ihn irgendwann gemacht. So kurz vor Sommer, glaube ich. Sicher? Ja, 100%. Wow. Wait, ähm... Aua! Was ist jetzt passiert? Ich spiele gerade mit dem Handy und ist mir fast komplett in die Eier geflogen, aber... Nur so halb, warte. Lol, das wollten wir jetzt alle hören in einem Minecraft-Let's-Play. Wie dir ein Handy in die Eier fliegt. Fast in die Eier. Hast du ein Handy? Na gut, dann fast. Ich schaff's, wird man nochmal? Ich glaub dir sogar, dass du's nochmal schaffst. Ah, das war mein Headset. Zum Glück hab ich dich jetzt Gastkommentator. Ja. Zum Glück hat's grad so geleckt, dass ich nicht springen konnte, aber zwei Blöcke hintereinander abgebaut hab. Ist da noch ne Cave? Nö, das bin ich. In der Tat. Ich halte extra so ne Cave, so ne, so ein Bild vor, was aussieht wie ne Cave, damit du dahin gehst. Dann fang ich dich an und verkauf den Asiaten. Lol. So gut schmeck ich jetzt auch wieder nicht. Ja, nein, ich verkauf dich ja nur an die, sie wollen dich ja nicht essen, sie wollen dich nur vergewaltigen. Siebenmal pro Sekunde. Siebenmal pro Sekunde. Nein, das ist keine gute Cave. Mann, warum, warum hat die Fackel da immer runter und, aua, wieso verliegt ein halbes Herz, wenn ich da runterfalle? Ich bin auch Let's Player. Wie oft wirst du das eigentlich noch sagen? 70 Mal ungefähr. Oh mein Gott. Wüssten sie alle töten damit. Ja. Das ist dein Plan, hab ich recht. Ja. Wer ist dafür, dass wir Kirche live töten? Tja, das... Ja, nein, oder auch einfach in die Kommentare, ne? Weil Daumen hoch sollen die Leute nur geben, wenn es ihnen noch gefällt und oh mein Gott, das ist Nacht. Wir machen mir ein Let's Kill Kirschi AP. Ich würde eher sagen, Let's Kill Kirschi. Let's Kill Freddy, das ist glaube ich noch besser. Ja. Let's Kill Super Awesome, man. That's Super Awesome. Äh, hier mach ich zu, damit ich dann checke, dass ich hier schon mal drin war. Tut mir leid. So, und wie soll ich dann heimkommen? Ja. Nicht so viel rauchen halt, ne? Ich rauche nicht. Kiffer. Lol. Kirschi ist das böse Person. Tja, das bin ich. Und dein Channel ist das böse... Oh mein Gott, dein Channel isst mich. Weil dein Channel das böse ist. Yeah. Sogar zweideutig. Mhm. Demnach würde er sich selbst essen, weil er isst ja das böse und er isst es auch. Oh mein Gott, davon ist ein Skelett. Mein Gott, davon ist ein Cock. Oh mein Gott, davon ist eine Spinne. Oh mein Gott, wie schnell ist die? Verreck. Verreck. Super Awesome, Spinne. Boah! Die Scheiße springt mich an. Wusstest du, dass ein Skelett auf einer Spinne reiten kann? Es hat eine einprozentige Chance, dass du ein Teil spawnt. Zum Glück ist die Chance so gering. Das schießt dann wie ein Skelett, aber ist dann so schnell wie eine Spinne. Ich hab Angst, es wird mich töten. Ja, das wird es auch. Das Skelett meine ich jetzt. Ja, wird es auch. Fick dich, du Ding. Äh, jetzt läuft es auch noch in die Kamera rein. Und vergewaltigt die Kamera. Rick, wie ist Karte in Pache? Was tut das mit der Kamera? Was tut das mit der Kamera? Es vergewaltigt sie. Boah. Ich bin mir gescheitert und schnell rein ins Haus. Frag mal, wer seine Eisenspezial verloren hat. Ich. Ich will jetzt schlafen, du Hurensohn. Ich, weil, es ist Nacht, hallo? Scheiß Bug. Ich schlafe. Und danach suche ich meine Sachen. Yay, es ruckelt. Äh, Framework halt, ne? Und ich warte neud, bis der Framework vorbei ist und es speichert das Level, what the fuck? Mach der immer, wenn du auf Pause im Menü bist, wusstest du das nicht? Äh, doch, ich hab's schon selber rausgefunden, aber ich hab nicht gewusst, dass das so gehört. Ich hab meinen schon immer noch nicht, ich kenn das Spiel gar nicht. In der Tat kennt er es nicht. Er könnte es jetzt playen, aber er kennt das nicht. Da vorne brennt das Judenskelett, das mich umgebracht hat. Nein, das ist der Zombie, den ich auch gesehen hab. Er hat Juden gesagt. Ach, das ist Jugendskelett. Ja, hab ich gesagt. Er ist Judenfeind, wie ich Nazi. Das musst du gerade sagen. Ja, muss ich auch. Weil ich ein Standbild hab. Ich hab Angst. Oh, ich seh wieder was. Oh, rote Blumen, farm die mal. Oh nein, ich such jetzt gerade meine Sachen. Ich krieg stampelt nach stampelt. Hör auf in dir, Schau zu schicken. Ei! Ich hab drei Creeper gesehen, oder so. Ei! Ja, das ist Ei. Nicht werfen. Ich werde dich mit einer Feder töten. Wenn ich dich treffe. Wegzulaufen, ich will dich töten. Bock, bock, bock. Verrecke, wieso verreckst du nicht? Jetzt hat mir eine Feder gegeben, dafür, dass ich sie mit einer Feder getötet habe. Welche Ironie des Schicksals. Mhm. In der Tat, und wo zur Hölle sind meine Sachen? Keine Ahnung, ich glaub, du bist rausgerannt, oder warst irgendwo am Strand, du bist da verreckt, Kuh. Ja, glaub ich auch. Ja, Kuh, ich töte gerade eine Kuh mit einer Feder. Mir schlägt's ins QZ. Ja, das hast jetzt du gesagt. Ja, Kuh Z hat sich auch keine Beleidigung. Stimmt. Wir haben einfach nur einen Ausdruck, den sich irgendjemand ausgedacht hätten, den ich einfach Kopierst hab. Weil ich im Faker war im Faker. Faker. 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Ausrufezeichen, 11, 11. Ausrufezeichen. Da war ich doch drin. Ja. Wieso, ist da kein Ding mehr? Ich hab doch irgendwas davorgebaut und ich weiß, dass ich da drin war. Na, wirst du nicht? Du hast einfach alle Fakeln wieder mitgenommen. Alle Fakkeln hab ich wieder mitgenommen, genau. Genau. Und dann hab ich ein Dreckding davor gebaut. Näch responds an Radt'ne wer seine Sachen verloren hat ... Ich ... J God ... Hacker ... Ich hab alle meine Sachen verloren. Opfer ... Häh ... Fail. Ich hab ge-failed. Ich hab vorher ... 2 Creeper und ein Zombie besiegt, aber ich hab kein Skelett besiegen können in Freihren. ich könnte dich jetzt töten, aber ich mach's nicht Noob Oh, you're awesome Lass mal Duty Calls explain Was? Let's raise Duty Calls Ach ja, Duty Calls, das ist eine Ding da Nein Oh Nicht weinen Soll ich den Blitzdorn holen? Solltest du dir holen, ja PC oder Xbox? PC Ich würd's dann aber eh mit Xbox Controller spielen Trotzdem PC Okay, mach ich auch Ich hab so viel verloren, ich weiß nicht was ich verloren, aber ich hab so viel verloren Ich guck mal kurz wie teuer es ist Äh, nein Okay, mach ich trotzdem Er baut sich ne Eisenrüstung, what the fuck? Ich hab jetzt Angst, ich bau mir jetzt Rüstung Wenigstens ein Oberteil, das reicht mir schon Nö Ein Oberteil macht nicht obergeil Das war's vielleicht ein Wort, schlecht Opfer Tut mir leid Ich könnte jetzt sagen, musst du grad reden bei dein Let's Place aber Ich sag's nicht Nur weil ich mal Failure? Nur weil meine Projekte vollkommen scheiße sind Zum Beispiel Ach ja genau, jetzt Part 7 ist es glaub ich, oder? Ja, ich glaub es ist Part 7 Den Part 7 werd ich jetzt beenden und danach werd ich wahrscheinlich verdienen, ich mein Gastkommentator zu haben Superawesome man Wer weiß Sag tschüss Genau, tschüss